Eine modernisierte 2-Zimmer-Mesonet-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Köln. Das im Jahr 1995 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Das Objekt befindet sich in der zweiten Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Haus hat einen Personenaufzug. Bei einer Wohnfläche von ca. 50 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Mesonet-Wohnung auf 707 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.